Moin Leute, hier ist der Toto wieder von TotoGhosts.wtm. Wie versprochen Montagmorgen, eine Woche ist rum, heute ist wiegen dran. Bleibt dran. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schönen guten Morgen nochmal. Ja, ich habe euch am Wochenende bin ich laufen gewesen. Habe ich euch im Video gezeigt, wie es mir ging. Es war nicht so schön. Mein Muskelkater in den Armen ist echt weg. Super gut, also es funktioniert langsam. Aber jetzt wollen wir doch mal wirklich sehen, hat es was gebracht die Woche Sport. Wir sind wieder im Ballsimmer. Jetzt geht es auf die Waage. Ich guck mal. Und hier ist der Zeuge. Ich hoffe man kann es sehen. 88,8 Kilo. Sehr schön. 2 Kilo knapp abgenommen. Leute, was kann ja besser passieren. Noch besser kann es nicht werden. Nächste Woche nochmal 2 Kilo. Ok, dann wird es langsam ein bisschen knapp. Irgendwie brauche ich auch die Energie. Das heißt Muskeln sind schwerer als Fett. Und ja, mal schauen. Also ich denke mal diese Woche wird noch ein bisschen Ernährung dazu kommen. Ich freue mich. Cool, dass ihr da gerade wart. Kleines Video, kurzes Video heute. Und ich halte euch am Laufenden. Wenn es euch gefallen hat und mich motivieren wollt, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, kommentiert irgendwas, schreibt rein. Ansonsten freue ich mich über eine Challenge. Wir sehen uns. Euer Toto von Toto goes BTN.